Die größte, letzte Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Von dort oben wurde auch Neustadt beschossen. Wenn man weiter rüber geht, sieht man den Stein, der spitze Kirchturm, auch im Ortsteil von Neustadt. Und wenn man jetzt diesen neugebaute Viehstall da auf dem Acker anguckt, von diesem Viehstall bis runter zum Kocher, den man ja da unten schön fließen sieht, rüber bis zu der Straße, wo jetzt die Autos fahren, rüber bis zu der Wohnbebauung in Böhrig. Das ist die römische Civitas von der Fläche her. Dort unten, wo dieser Metallcontainer steht, wo jetzt man sieht, dass da so ein Viereck am Acker fehlt, da ist der Apologranus-Tempel drunter. Das ist den, wo man jetzt die letzten zehn Jahre ausgegraben hat und wieder zugeschüttet hat. Und die nächste Ausgrabungsstelle wird eben da oberhalb sein, wo man jetzt auch schon sieht, wo nichts gepflanzt ist, wo gerade die Spaziergänger laufen. Dort soll ein größeres Verwaltungsgebäude gestanden haben. Und jetzt wird es wiederholt. So, das war es im Prinzip diese Urschläge. Also das war es im Prinzip. Und jetzt fangen die Schwingungen an. Jetzt werden dann die Stichungen langsam in Schwung gemacht. Und jetzt fangen wir an. Das ist ein bisschen verträgt, diese Schwung. Das ist jetzt der erste, der erste. Und dann kommt die Abdeckung für die nächste Karte. Und langsam genießen, wenn sie stehen. ZH Drew ZH Drew ZH Drew ZH Drew aba Untertitelung des ZDF, 2020